Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde in diesem Video erklären, warum es auf der Erde einen Sommer und einen Winter gibt. Die Erde befindet sich in etwa in 150 Millionen Kilometer Entfernung von der Sonne. Wenn ich in dieser Entfernung eine Fläche von einem Quadratmeter senkrecht zur Sonne ausrichte, so wird dort eine Lichtleistung von 1367 Watt eintreffen. Das ist die sogenannte Solarkonstante. Da sich diese Lichtleistung aber nun hier auf eine gekrümmte Fläche verteilt, die ja damit größer ist als diese Fläche, wird auf der Erde im Durchschnitt nur eine Leistung von 342 Watt pro Quadratmeter eintreffen. In diesem Bild ist nun dreimal die vorhin genannte Projektionsfläche, die senkrechte Fläche zur Sonne hin, abgebildet. Einmal, zweimal, dreimal. Und wir sehen hier jeweils ein Flächenelement auf der Erde. Ist dieses Flächenelement auf der Erde parallel zu dieser Ebene ausgerichtet, so wird die volle Lichtleistung, die durch diese Fläche dringt, auf dieses Element auf der Erde eintreffen. Es gibt also hier eine recht hohe Lichtleistung. Dreht sich aber nun dieses Flächenelement der Erde aus dieser Projektionsebene heraus, so wird die Lichtleistung, die hier auftrifft, kleiner sein. Am besten erkennt man das daran, wenn man sich ein Extrem vorstellt. In diesem Fall ist das Flächenelement der Erde ganz aus der Projektionsebene herausgedreht. Er steht also senkrecht dazu und somit fällt auf diese Fläche überhaupt kein Licht mehr, so dass also keinerlei Lichtleistung mehr hier auftritt. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich nun zeigen, dass es tatsächlich so ist, dass bestimmte Gebiete auf der Erde im Verlauf des Jahres mal mehr und mal weniger parallel zu dieser Projektionsebene stehen und damit natürlich dann eine größere oder kleinere Leistung durch das Licht erfahren. Für die folgende Betrachtung sind nun zwei Drehungen wichtig, einmal die Drehung der Erde im Laufe eines Tages um sich selbst und die Drehung der Erde um die Sonne im Verlaufe eines Jahres. Durch die Drehung um die Sonne beschreibt die Erde um die Sonne herum diese Ebene. Die Rotationsachse der Erde bei der täglichen Drehung ist nun aber nicht senkrecht zu dieser Ebene ausgerichtet, sondern sie ist um 24,44 Grad gegenüber der senkrechten gekippt. Das bedeutet aber auch, dass, wie in diesem Bild zu sehen, zu dieser Jahreszeit die Gebiete auf der südlichen Erdhalbkugel weiter in diese Ebene hineingedreht sind, also senkrechter zur Sonnenebene stehen, als das für die nördlichen Gebiete gilt. Diese Fläche im Norden der Erdhalbkugel ist also stark aus dieser senkrechten Ebene herausgedreht, so dass die Lichtleistung in diesem Teil der Erde wesentlich geringer ist als hier im südlichen Teil der Erde, in dem eben diese Fläche senkrechter zur Sonne ausgerichtet ist. Ein halbes Jahr später ist die Situation genau andersherum. Die Erde befindet sich auf der anderen Seite der Sonne. Die Rotationsachse der Erde ist stabil geblieben. Dadurch sind die nördlichen Gebiete auf der Erde stärker zur Sonne ausgerichtet als die südlichen Gebiete, so dass jetzt auf der nördlichen Erdhalbkugel Sommer ist, während auf der südlichen Erdhalbkugel der Winter herrscht. Ein kleines Fazit schon an dieser Stelle. Die Jahreszeiten kommen dadurch zustande, dass die Rotationsachse der Erde zur Umlaufebene um die Sonne geneigt ist. Die Nordhalbkugel ist im Sommer tagsüber zur Sonne geneigt und dadurch gibt es auf der Nordhalbkugel eine höhere Strahlungsdichte als auf der Südhalbkugel. Das bedeutet aber auch, dass Nordhalbkugel und Südhalbkugel sich jeweils entgegengesetzt verhalten. Das heißt, wenn im Norden Winter ist, ist im Süden Sommer und umgekehrt. Der Abstand, den die Sonne zur Erde hat bzw. die Erde zur Sonne, hat übrigens eine sehr geringe Wirkung, obwohl es durchaus im Verlaufe des Jahres durch die elliptische Umlaufbahn schwankt. Aber das macht eben nicht die Jahreszeiten aus, sondern die hängt tatsächlich mit dieser geneigten Rotationsachse zur Umlaufebene zusammen. Wie stark sind nun die Schwankungen der Leistungsdichte im Verlauf eines Jahres? Wir sehen hier die Sonnenleistung in Watt pro Quadratmeter für Deutschland. Das ist natürlich ein Mittelwert. Wir werden gleich noch sehen, dass es auch innerhalb von Deutschland recht starke Schwankungen gibt. Und wir sehen, dass von Januar bis Dezember die Werte stark schwanken. Hier beginnt bei 32 Watt pro Quadratmeter bis zu 230 Watt pro Quadratmeter und schließlich im Dezember sogar nur 22 Watt pro Quadratmeter. Zum Schluss des Videos zeige ich eine Globalstrahlungskarte, die vom Deutschen Wetterdienst veröffentlicht worden ist. Dort sind Mittelwerte für den Zeitraum von 1981 bis 2010 angegeben. Wir sehen, dass in Norddeutschland die verrichtete Arbeit in Kilowattstunden pro Quadratmeter mit 131 bis 135 sehr viel geringer ist als zum Beispiel im Süden Deutschlands, wo die Werte bis zu 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter reichen. Das liegt einfach daran, dass sich der Süden Deutschlands nahezu 1000 Kilometer näher im Äquator befindet und somit eine senkrechtere Ausrichtung zur Sonne erfährt als der Norden Deutschlands. Ja, das war es zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!